Kapitel 55 Ein Finale der anderen Art Die Sonne strahlte hoch am Himmel. Nicht eine Wolke verdeckte das endlose Blau. Crowning war gefüllt bis zum letzten Platz. Auch wenn niemand in den Zuschauerreihen wusste worum es an diesem Tag wahrlich gehen würde, wollten sie alle sehen, ob die amtierenden Champions wieder einmal ihren Titel halten könnten oder ob die vielversprechenden Newcomer Polana Vatras auch noch den letzten Schritt zur Perfektion vollenden könnten. Von der Oberliga sofort in die Königsliga und dort sofort Champions werden? Es wirkte unvorstellbar, dass so etwas überhaupt möglich sein könnte. Doch heute war der Tag, an dem es möglich war. Auch wenn Team Polana Vatra eher knapp eintraf. Marshadow war nämlich erst nicht aufzufinden gewesen, bis sich nach einiger Zeit herausstellte, dass er vermutet hatte, dass sich das Team bereits an der Arena treffen würde, während der Rest des Teams versucht hatte, ihn in Kiratown zu finden. Deswegen ging es recht hektisch zu, als Aurora einchecken wollte. Jedoch erwartete das Team bereits eine unerwartete Überraschung, als Aurora direkt an der Rezeption angesprochen wurde. Ihr seid Polana Vatra, ja? Eingecheckt seid ihr ja vorhin bereits. Was? Das Pokémon am Empfang blickte verwirrt dreien. Äh, ja. Ein Eisvoluna mit einer Karte darauf, die auf Aurora registriert war. Fünf Pokémon hast du angemeldet. Eines musste deswegen rausfallen. Und wie soll das gehen? Unser Team hat nur fünf Mitglieder. Hört zu, ich mache nur meinen Job, ja? Und jetzt beeilt euch, euer Teamkollege wartet schon in der Kammer. Es geht gleich los. Panisch versuchte Aurora, die Situation zu richten. Kann ich nicht noch umregistrieren? Es muss ja eine Verwechslung vorliegen. Zehn Minuten vor Beginn. Völlige unmöglich. Und jetzt auf, sonst verpasst ihr euer Duell. Geschlagen begab sich das ganze Team zu den Kabinen. Sie mussten auch überprüfen, wem genau nun die Chance geraubt wurde, an diesem Finale teilzunehmen. Und wer zur Hölle in der Kammer warten würde. Schnell scannte Aurora ihre Karte und die Tür öffnete sich. Kaum blickte sie hinein, schlug sie das schwere Holzgebilde jedoch wieder zu. Was ist los, Aurora? Nein, wir können das nicht ausspielen. Irgendwie müssen wir das noch ändern können. Ängstlich und verwirrt spähte auch nun Kel durch die Tür und erkannte das große Problem. Wortwörtlich groß. Bewegt euch. Hier soll gleich ein großes Duell beginnen. Endynalos, verpiss dich sofort aus unserer Kabine, sonst bekommst du Probleme mit uns. Genervt streckte sich der Risike Drache. Jetzt fangt nicht so an. Ich will auch nicht hier sein. Aber ich bin für euer Team eingetragen. Und Epsilon will, dass ich euch beim Gewinn helfe. Also bin ich jetzt statt Monagoras hier. Eine laute Stimme ertönte oberhalb der Kabine. Die Kämpfer Polanavatras finden sich bitte auf dem Feld ein. Gehetzt und demotiviert forderte Aurora. Dann los, meinetwegen auch du Endynalos. Wir reden gleich weiter. Mit dem Aufzug in Endynalos Fall selbst geschaffen, fand sich das Team so schnell ihren Rivalen gegenüber. Team Nordica trat offensichtlich ohne Latios an. Der weit abseits auf einer Bank schwebte, offensichtlich auch dazu gedacht, das Duell heute zu kommentieren und zu richten. Beim Auftritt Polanavatras warf Elementara einen verächtlichen Blick auf das Team. Habt ihr euch gestern nicht wegen Darkrai beschwert? Und heute taucht hier mit Endynalos auf, als wäre es nichts, so dass irgendein dummer Rachefeldzug werden. Bitte fragt mich nicht Elementara aus. Unserem Team hat ihn definitiv keiner eingetragen. Von dem her, was er sagt, will Epsilon uns damit wohl ihren Segen für heute geben. Elementara, wirkte nicht sonderlich überzeugt, aber gleichzeitig interessierte es sie auch nur bedingt. Stattdessen griff sie nach dem Mikrofon, welches neben ihr auf dem Boden lag. Also dann, meine lieben Mitkämpfer und Mit-Pokémon. Der große Tag ist wieder einmal gekommen. Das Champion-Duell. Die heutigen Herausforderer sind die Newcomer des Team Polanavatra. Ihre Leiter Aurora und Kel, Seraora, Machado und ihr heutiger Spezialkämpfer in Endynalos. Sie treten gegen die amtierenden Champions des Team Nordica. Heute bestehen aus Darkrai, Floink, Karimani, Latias und natürlich mir, Elementara als Leiterin des Teams an. Wer zuerst je zwei Punkte in zwei Runden ergattern kann, siegt. Mögen die Besseren gewinnen. Nachdem sie das Mikrofon ausgeschaltet hatte, wandte sie sich noch einmal an Aurora. Und das werden wir sein. Team, macht euch bereit, es geht los. Wieder war das gesamte Team Polanavatra unten in der Kabine versammelt. Jedoch waren sie noch nicht ganz für den Kampf bereit. Vorher gab es noch Wichtiges zu bereden. Mit ihrem neuesten Teammitglied. Endynalos, was soll diese Scheiße? Sabotieren Epsilon uns jetzt sogar in diesem Kampf noch? Sabotieren? Wodurch werden ihr denn sabotiert? Dadurch, dass ihr einen der stärksten Ringkämpfer der Welt in eurem Team habt. Kelvik-Tin nicht sonderlich von dieser Arroganz überzeugt. An der stärksten Ringkämpfer der Welt? Du hast ja so viel Erfahrung nicht. Brauche ich die? Versuche einmal mich im Ring zu verschieben, Akani. Das Argument war simpel und doch effektiv. Und er hatte schon recht. Wie genau besiegte man ein Pokémon wie Endynalos im Ringkampf, das zu schwer war, als dass man ihn verschieben könnte? Und weshalb sollte Epsilon uns helfen wollen? Diese Antwort übernahm Endynalos nicht einmal selbst, sondern Epsilon's ehemaliger Untergebener. Ich habe es dir bei den ersten Erzählungen über die Plot-Armor erklärt, Aurora. Epsilon liegt etwas daran, dass du sie gewinnst. Denn nur so kann ein wahres Finale entstehen. Alles nach den Vorstellungen des Plots. Ach, aber sonst versucht sie uns ganz ohne Kampf umzubringen. Ich hoffe, das muss ich nicht verstehen, aber... Nun gut, wer fängt an? Polana Watra gegen Nordica. Runde 1. Zwei Siege in einem Match entsprachen einen Punkt. Zwei Punkte waren der Sieg. Es war dasselbe Format, in welchem Auroras Team bereits Team Slash in der Relegation begegnet war. Und auch ein identisches Ergebnis wünschte sich Aurora. Aber sie wusste genauso wie ihr Team, dass dies wohl nichts werden würde. Marcello stand als Erster im Feld, im Duell gegen Floink. Nun war Team Polana Watras Leiterin wirklich gespannt. Oft hatte sie von den berüchtigsten Erstentwicklungen der Liga gehört. Doch nun würde sie eigentlich sehen, wie ein scheinbar schwaches Pokémon, wie Kanimani oder Floink, es auf das Level der Champions bringen konnte. Der Kampf begann schnell, aber extrem und vor allem völlig unerwartet. Kaum erklang das Startsignal, schienen Floink sich sofort zu verändern. Dunkler Rauch umgab ihn, sein Orange wandelte sich zu Rot. Und als wäre der Fiebertraum nicht schon real genug, begann er auf einmal zu schweben. Auch auf dem Feld selber, bei Marcello, herrschte Verwirrung. Bis Floink auf einmal hinter ihm stand und finstere Flammen abließ. Was zur Hölle, das macht keinen Sinn. Sinn schränkt im Kampf nur unnötig ein. Also los, kämpf! Gerade erhob Marcello sich wieder. Da musste er bereits einer Flammsäule aus dem Weg springen, die aus dem Boden geschossen kam. Und das nicht nur an einer Stelle im Ring. Irgendwie musste Marcello es schaffen, selber in die Offensive zu gelangen. Und was war dafür besser als Defensive? Sofort verschwand er in den Schatten, um am anderen Ende des Ringes wieder zu erscheinen. Ohne zu zögern, feuerte er sofort eine Aurasphäre ab. Jedoch erblickte er direkt nach dem Abschuss seinen Gegner bereits nirgendwo mehr. Falsche Richtung, Kumpel! Bevor er reagieren konnte, stand Marcello erneut in Flammen. Was auch immer hier geschah, es hatte nichts mit den Fähigkeiten eines normalen Pokémon zu tun. Soll ich dir noch was verraten, Marcello? Dein Doppelteam ist wirklich eine starke Waffe, nahezu ein Siegesgarant. Du begeisterst damit wirklich einige allerdings. Panisch drehte Marcello sich um, als er die Stimme Floings erneut schwinden hörte. Kurz darauf ertönte sie jedoch wieder. Diesmal links von ihm. Und rechts. Und von hinten. Bist du nicht der Einzige mit dieser Idee? Zehn Floings umgaben nun den Schatten, welcher immer noch nicht verarbeiten konnte, was hier geschah. Jedoch merkte er es spätestens, als Spukbälle auf ihn einschlugen. Von jeder Seite. Unabzählbar. Jeder einzelne davon. Ein Angriff. Eine laute Stimme ertönte, wie sich herausstellte Latios, der die Moderation nun wirklich an sich genommen hatte. Der erste Kampf endet. Team Lordica geht in Führung. Eine kritische erste Runde. Doch niemand in Team Polana Vatra war bereit aufzugeben. Lass mich das übernehmen. Dann gewinnt ihr diese Runde noch. Aurora wollte dieses Duell gewinnen. Diesen Schicksalskampf. Und doch. Doch hatte sie Prinzipien, denen sie sich nicht völlig widersetzen wollte. Nein, das ist nicht dein Kampf. Seraora, du gehst rein. Nach Florn könnte Kani Marni folgen. Auroras Tipp war logisch durchdacht und gut. Aber leider nicht korrekt. Allerdings war auch gegen Darkrai Seraora keine zu schlechte Wahl. Darkrai gehörte tatsächlich zu den geschätzt 5 Pokémon der Liga, die kein Erdbeben nutzten. Somit war seine Ausrüstung gegen Elektro-Typen mangelhaft. Seraora hingegen beherrschte eine Handvoll Kampfattacken. Der Agilität der beiden Kontrahenten entsprechend schnell, begann das Duell auch sofort im Nahkampf mit schnellen Hieben beiderseits. Darkrai wirkte deutlich begabter, was das grundlegende Ausweichen anging. Was für ein Schatten aber auch nicht allzu schwer war. Er entging den Hieben wie Rauch, während Seraora diese Fähigkeit nicht hatte. Einzelne Hiebe trafen zwar auch Darkrai, doch gerade die Kampfangriffe schafften dies nicht. Weshalb der Schaden sich in Grenzen hielt. Nach einer Weile bemerkte Seraora erst, dass seine Angriffe wirklich völlig wirkungslos blieben und Darkrai's Hiebe aus zufälligen Richtungen zu kommen schien. Erst jetzt bemerkte er, dass auch Darkrai Doppelteam beherrschte. Was der Rest des Teams zwar schon gewusst hatte, abzüglich Monagoras. Seraora hatte jedoch keiner informiert. Es war auch nicht so stark wie Floings oder Machado's Doppelteam. Aber das klassische Täuschungsspiel, welches Aurora und Kel schon kannten. Und auch hier war es nur eine Frage der Zeit. Match 1 geht an Team Nordica. Macht euch bereit für die vielleicht entscheidenden Kämpfe. 0 zu 2 in Runde 1. Die Gegner wirkten völlig übermächtig. Es konnte doch nicht so schnell vorbei sein, oder? Nicht so. Nicht nach all den Anstrengungen. Endynalos, ich glaube nicht, dass ich das jetzt wirklich sage, aber... Zeig, was du kannst. Ein Kampf der Giganten entflammte sich sofort oben auf dem Feld. Endynalos. Gegen Elementara. Ein Duell der Extraklasse. Elementara war agiler und strategischer. Das war keine Frage. Doch der reine Faktor des Ringes verschob die Karten deutlich. Denn wie sollte Elementara ihren Gegner bewegen? Er feuerte einfach seine Angriffe ab. Hin und wieder noch Orbs. Und auf die Dauer konnte Elementara schlicht nicht gewinnen. Team Polana Watra bekam ihren ersten Punkt. Und doch... Auch die Zuschauer waren verstummt. Niemand wollte einen derartigen Sieg akzeptieren. Doch was konnte man tun? Endynalos war vorher eingetragen worden. Und kämpfte mit normalen Mitteln. Theoretisch konnte man ihn ja auch besiegen, wenn man ihn dann K.O. schlug. Somit begann Runde 2 des zweiten Matches. Kel gegen Latias. Der erste Kampf, der tatsächlich nicht zu ungleich wirkte. Latias versuchte völlig auf Distanz zu gehen. Kel jedoch stürmte aggressiv in die Schlacht. Wobei beide Kämpfer ziemlich abwechselnd Erfolg mit ihren Taktiken hatten. Jetzt schon war klar, wer zuerst im Risikobereich landen würde, würde verlieren. Und ein Sieg für Kel wäre unsagbar wichtig. Einerseits würde es den Ausgleich bedeuten. Andererseits wäre es der erste Punkt für Team Polana Watra, der sich nun auch tatsächlich verdient anfühlte. Und auf diesen Punkt musste Aurora nur noch warten. Und das nicht für eine sonderlich kurze Zeit, wie sie schnell feststellte. Als Latias einen von Kells Felsen mit ihren mentalen Kräften zurückwarf und das Arcani kritisch traf. Ausgleich in Match 2. Wenn Team Nordica nun gewinnt, ist es vorbei. Vorbei? Und die Plot-Armor? Der Kampf gegen Epsilon. Aurora wollte eigentlich nicht so gewinnen. Aber war es letztlich nicht Elementaras eigene Schuld. Sie hatte die Rüstung nicht abgeben wollen. Sie hatte sich Darkrai ins Boot geholt. Sie stand als Einzige zwischen Aurora und Epsilon. Als Einzige zwischen Aurora und dem Ende des Krieges. Endynalos, komm mit! Wir machen das! Endynalos und Aurora. Ein Team, welches sich zweiteren Nia träumen hätte können. Ihre Gegner in diesem vielleicht entscheidenden Duell waren Karnimani und Floink, das Vorstufenduo. Aurora, kümmere dich mit Blizzard um die anderen Floinks. Den Rest übernehme ich. Diesen Befehl nahm Team Polana Batras' Leiterin, sich noch mehr zu erzten, als es Endynalos selbst angedacht hatte. Sofort schickte sie an Blizzard los, welcher Floink in frühen Bemühungen des Doppelteams stoppte und in einer Glückssträhne Karnimani eingefroren zurückließ. Somit musste Aurora diesen nur aus dem Ring schieben, bevor ein völlig ungleiches 2 gegen 1 entscheidend wurde. Und hierbei gab es keine Fragen mehr. Team Polana Batra gleicht aus. 1 zu 1. Das nächste Match entscheidet alles. Wer wird Champion? Das amtierende Team Nordica oder Team Polana Batra? 2 zu 1. 3 zu 1. 6. Vielen Dank.